Musik Der schöne Award, den ich in der Hand habe, nennt sich Inits Award. Ich muss zu, wie mir hat es mich echt riesig gefällt. Ich habe ein Paper publiziert und da habe ich zwei Preise gewonnen und zwar den zweiten Platz in der Kategorie Allgemeine Technologien und den ersten Platz in der Kategorie Green Tech. Man hat die Chance, das auch einem Publikum zu präsentieren, das in dem Thema nicht so tief drinnen ist und man sieht immer, ob das dann ankommt oder auch nicht und so ist es sehr schön zu hören, dieses Feedback zu kriegen und auch die Bestätigung, dass das möglicherweise ein Erfolg werden könnte. Ich habe den Preis für mein Diplomarbeit bekommen. Wir haben gefunden, dass mäßig normale Stammzellen oder Zellen mit Stammzellcharakter in der Haut regulatorische T-Zellen induzieren können aus naiven T-Zellen. Das Award war für meine Arbeit mit Hard Driven mit neuen Technologien, mit dem neuen Technologien, called Exchange Spring Media, which is a very sophisticated magnetic structure. Applaus 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 Applaus